hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir natürlich ganz klare sache leute gestern gab es zwei videos 1 gab es zum premier league ja premier league tods event da habe ich noch ein bisschen was erklärt auch was free to play ist und so also da könnt ihr auch gerne noch mal vorbeischauen und dann gab es noch mal ein video zu meinen meinen highlights aus dem livestream also was der krass gezogen hat da war richtig krasses zeug dabei ich sage nur sbc ihr seht ja auch ich habe jetzt wieder knapp 3,3 millionen münzen also fast 3,4 also schon heftig was da drin war und ja so schaut euch gern noch mal an videos denke ich mal auch überall hier verlinkt ja wohl leute und ich denke mal wir gehen auch heute direkt rein hier rein ins tod ins premier league tods ich habe noch fünf energie seit ich kann hier noch schnell mal ein spiel machen jawohl ich habe heute noch nicht gespielt wir haben es aber auch erst oben links jetzt 21 uhr 18 also kurz nach der aktualisierung bin ich ja erstmal in fifa mobile drin so zack wir haben zwei gegen eins das kühlspiel wir haben gleich mal hier schön rein hoffentlich macht hier oder wer ist es da unten ist es marco reuss der hier auch das tor macht ich habe nämlich jetzt auch schon angefangen mit dem tods special leute doch auch auf jeden fall eine wilde sache und was ich euch auch noch sagen wollte der live stream ist nicht am montag nicht montag 16 uhr sondern am dienstag um 16 uhr gibt es den nächsten live stream genau konnte ich leider nicht so an nicht anders legen und dann bin ich halt nächste woche dienstag und nächste woche donnerstag live das heißt am donnerstag ist ja auch glaube ich himmelfahrt ja das ist auch so und das heißt ich bin zum feiertag live leute unfassbar dass es sowas mal auf meinem kanal gibt ich glaube doch okay stimmt oster oster montag war ich auch schon mal live aber zum feiertag live leute das heißt ich arbeite auch an ja kein wochentag hoch nein spaß natürlich am rande das heißt hier trotz special habe ich auch angefangen habe ich mir auch ein extra team jetzt schon zusammengestellt noch nicht mit richtigen premier league tods spielern und so weil die sind alle noch zu teuer ich habe die kosten alle um die 250 300.000 coins da war ich lieber noch ein bisschen ich habe nämlich erst mal mir ein icon team zusammengestellt also dass ich diese eigenen herausforderung da geschafft habe das kann ich mal kurz zeigen jetzt 132 ja das auch erst ich habe halt auch erst mal alle icons eingestellt dass ich hier auf jeden fall die 30 punkte bekomme genau sieht auf jeden fall ganz gut aus und damit denke ich mal gehe ich dann auch später noch mal rein in dieses spiel das machen wir jetzt nicht im video denn im video habe ich nämlich doch was hier vorgesehen team of the week leute team of the week unfassbar dass ich hier noch mal was öffnen werde aber ich habe derzeit ein paar spieler am start und da kann man vielleicht hier es gibt gerade ein 92er bail also die spieler sind diesmal gar nicht mal so schlecht sogar ein 88er den 87er zum beispiel in chalalulu das sind nur der viertbeste und ab und zu war ein 87er der beste also es ist ein richtig starkes teo tv da kann man vielleicht mal hier diese challenge raushauen kommen die machen wir jetzt einfach mal kommt die machen wir jetzt einfach mal schnell ich habe ein paar spieler jetzt auch hier am start auch ein paar tv spieler habe ich auch bekommen im login bonus login bonus und sowas habe ich werde jetzt alles aufsparen oder alles für den livestream ganz ganz klare sache da werde ich richtig viel noch mal raushauen genau so sagt einer fehlt noch einer fehlt noch ich könnte jetzt eigentlich akunia nehmen ja jetzt sowieso nichts mehr wert also kommen habe ich jetzt alle mal reingehauen und mal schauen leute mal gucken was ziehe ich jetzt komm schon das wäre so geil wenn ich jetzt hier aus diesem 80 plus noch was richtig geiles ziehen würde so erst mal kriege ich die 100 punkte erst mal 100 punkte am start 100 tv premium punkte uff lol uff 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 so also was können wir ziehen es gibt bale es gibt konzikli es gibt harvards chalalulu eda militaro pizzi korea ferran torres celig larin und buril also ja was willst du sagen 85 plus wäre schon echt geil wahrscheinlich wird es aber kein 85 plus ich weiß nicht oder ich weiß es nicht kommt schon 85 plus wäre absolut geil da hätte sich auch die ganze sbc gelohnt genau also kommen wenigstens die sbc kosten rein haben wenigstens das aber auch ich glaube das wäre ist schon sehr sehr schwer hier schwierig hier bei diesen ja tv packs also komm let's go wir gehen rein komm schon komm schon ea gönnt gönnt doch ihr komm bitte 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 ich drücke drauf in drei zwei 85er pizzi ok ist in ordnung ich habe gesagt 85 plus ok da krieg ich natürlich 85er ok ja kann man mitnehmen 85er pizzi leider nicht animiert ja ok ist genau der in der mitte gewesen ja also mein packlack ist in ordnung also es ist nicht es ist es geht nicht hoch es geht nicht runter es ist es bleibt halt so gleich so kann man das vielleicht mal sagen pizzi ist wahrscheinlich überhaupt nichts wert und gar nichts wert seht ihr auch hier das ist echt heftig wie wenig dass die hier alle wert sind junge 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 ok das heißt leute ich denke mal wir gehen jetzt rein hier in die reserve spieler packs ich habe jetzt ein pack am start leute ich habe sechs packs bisher geöffnet und hatte so ein krankes glück guckt euch das an ich hatte so krass glück also boah das kannst du dir gar nicht ausdenken das siebte pack kommt jetzt und entweder jilmaz mükele oder zielinski jungs und mädels da draußen das ist das pack aller packs leute darauf haben wir jetzt wahrscheinlich alle gewartet vor zielinski mükele wahrscheinlich wird es jilmaz so wie ja das so jetzt so gemacht hat also höchstwahrscheinlich wird es jilmaz alles andere wäre würde mich jetzt sehr sehr überraschen genau das heißt leute ich denke mal ich drücke jetzt hier einfach mal drauf es gibt eine pack animation leute bitte ja also wenn jetzt wenn jetzt dann zielinski kommt ich raste anders aus was mache ich am besten wenn zielinski kommt ich weiß nicht aber leute 94 plus garantiert board let's go bitte 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 ich ich drücke drauf kann airma es war so klar 94 vier Slack ja immer es war aber eigentlich klar dass er kommen wird Ähm, ja Anders geht es ja irgendwie nicht Ähm, genau Für, ja, jetzt habe ich noch Mykele und Zielinski Aber da, so weit werde ich jetzt nicht mehr öffnen Weil als nächstes würde ja sowieso Mykele kommen Hier habe ich dann noch Einen garantierten Spieler drin Das machen wir dann alles wahrscheinlich im Livestream Und genau So sieht es auf jeden Fall hier aus, Livestream werde ich eh alles raushauen Was ich bisher gespart habe Und der Yilmaz, ist der irgendwas wert? Kann der was? Kann der irgendwas? Kann der irgendwas? Burak Yilmaz, leider nicht animiert Ach, ist gar nichts wert Gar nichts wert hier Vielleicht steigen die ja alle noch Ich habe ja auch mein anderes Tots Team hier nochmal rausgehauen Mal gucken, vielleicht steigen ja die ganzen Spieler noch ein bisschen Okay Leute, das heißt wir sehen uns auch denke ich mal Morgen wieder, morgen wieder mit einem frischen Freshen Video auf jeden Fall am Start Und ja Leute, das heißt Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal Und tschüss, denkt auf jeden Fall An den Stream Huch Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal Merci Naja Lizz Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal vol bist du